Das Teleskop-Belüftungsrohr eignet sich hervorragend zur Belüftung bzw. Belüftungstrocknung in allen Arten von Flachlageranlagen. Die Auslegung des Teleskop-Belüftungsrohres im Flachlager ist kinderleicht und im Vergleich zu anderen Belüftungssystemen sehr schnell erledigt. Sehen Sie im Bildausschnitt unten rechts den Vergleich zur Verlegung von Halbrundkanälen. Sofort nach dem Auslegen kann das Lager befüllt werden. Sofort nach dem Auslegung des Teleskop-Belüftungsrohres im Flachlagerauję. Sofort nach dem Auslegung des Teleskop-Belüftungsrohres im Flachlager Разinnen von Flachlageranlagen. Sofort nach dem Auslegung des Teleskop-Belüftungsrohres im Flachlageranlagen. Durch die spezielle Konstruktion des Teleskop-Belüftungsrohres ist eine sehr gleichmäßige Luftverteilung im Getreidestapel möglich. Vor dem Auslagern des Getreides wird das Teleskop-Belüftungsrohr einfach mittels einer Zugmaschine aus dem vollen Getreidelager gezogen. Die einfache Handhabung dieses Systems wurde im DLG-Fokustest bestätigt. Nach dem Entnehmen lässt sich das Rohr sehr einfach durch Aufstellen reinigen. Das Auslagern des Getreides erfolgt sehr rationell, da sich keine Belüftungskanäle mehr im Stapel befinden, die bei der Entnahme beschädigt werden können. Wir finden eine passende Lösung für Ihr Projekt. Schmelzer. Wir meistern Metall.